Ich hoffe, das ist nicht unangenehm, sonst sagst du bescheiden, sagst du weg das Ding, dann mach ich's dir ab, ja? Ja, nee, nee, so leicht nix. Ist wohl ganz neu, oder? Ja, das ist relativ neu. Ah, ja, ja. So, wenn du jetzt auf ein Bild guckst, wo du hin willst. Und die Farben richtig kräftig. Das ist ja ein riesiges Ding. Ja, guck dich mal um. Das ist ja Wahnsinn. Denn die kleinen weißen Bötchen, das sind die Ausflugbötchen, ne? Sehr schön. Und so klar, so klar hab ich das noch nie gehört. Das ist ja wirklich ein tolles Ding. Und vor allen Dingen in den Farben.